Wenn auch ihr einen nahezu perfekten Rasen haben wollt, dann braucht ihr folgende Dinge, ihr müsst regelmäßig mähen, ihr braucht einen ordentlichen Dünger, ihr braucht Wasser und eines der wichtigsten Dinge ist Sauerstoff und dieses Thema behandeln wir heute. Wenn man einen schönen gepflegten und vor allem dichten Rasen haben will, reicht es nicht aus, wenn man nur ab und zu ein bisschen Wasser drauf gibt und vor allem ordentlich Dünger drauf packt, das reicht bei weitem nicht. Eine der wichtigsten Pflegemaßnahmen und absolut wichtig für die Bakterien, für den Boden und vor allem auch für das Gras ist Sauerstoff und Sauerstoff ist hier in der Luft überall umgeben, aber das Wichtigste ist, ihr müsst den Sauerstoff in den Boden reinlassen. Das ist gar nicht so einfach, doch da gibt es ganz gute Hilfsmittel, auf die werden wir im Lauf des Videos eingehen, aber erstmal würde ich erklären, warum Sauerstoff überhaupt so wichtig ist. Über das Thema Rasen, Rasenpflege gibt es wahnsinnige viele Forschungen und es ist ja wirklich ein Hochleistungshobby für mich, aber für manche ist es natürlich Beruf, das sind professionelle Greenkeeper, es gibt Studien und genauso sagt auch die Fachliteratur ist es wichtig, dass im Boden von der gesamten Masse circa 50 Prozent Hohlraumanteil da ist und von diesen 50 Prozent Hohlraumanteil wäre ideal, wenn circa 25 Prozent Sauerstoff beziehungsweise Luftvolumen da ist und die restlichen 25 Prozent die anhand von frei verfügbarem Wasser für die Pflanze. Das wäre ideal, aber es ist sehr schwierig das perfekt einzuhalten, aber um euch da mal ein besseres Bild zu machen, würde ich einfach mal meinen Rasen aufschneiden, um euch auch die gesamte Bodenstruktur besser zu erklären. Es ist so, dass der Rasen im Laufe der Benutzung durch Kinder, durch Mähen, durchs Drüberlaufen, aber auch durch den Regen der Rasen bzw. der Boden regelrecht anfängt zu verdichten. Ihr verdichtet immer die oberste Schicht und die oberste Schicht ist eigentlich für das Gras die wichtigste Schicht. Ich schneide einfach mal auf, denn wir haben in der obersten Schicht, muss ich nur schauen, dass ich es richtig rausbekomme, wir haben in der obersten Schicht sind die meisten Wurzeln. Je nach Grasart, was ihr habt, reden wir hier von den obersten, ich sage jetzt mal fünf Zentimeter, bei der Supina die obersten, Ameisen habe ich auch drin, bei der Supina die obersten drei Zentimeter und dieser Bereich hier nennt man auch die Rizosphäre und die Rizosphäre, die bewegt sich im oberen drei bis vier Zentimeter Bereich und das ist eigentlich für das Gras die wichtigste Schicht, denn da sind die Hauptwurzeln und diese Hauptwurzeln, da sieht man es noch besser und diese Hauptwurzeln, die müssen regelrecht gut versorgt werden mit Sauerstoff. Der untere Bodenbereich ist natürlich auch wichtig, denn da gehen auch lange dicke Wurzeln runter und auch da sind natürlich Nährstoffe und vor allem auch Wasser im Sommer. Das Wasser wird dann hochgezogen von den Pflanzen, aber der wichtigste Bereich, wie gesagt, ist der oberste Bereich und ganz wichtig ist da, dass ihr regelmäßig den Boden auflockert, um Sauerstoff reinzubringen, denn in der obersten Schicht sind viele Bakterien, die Bakterien, die helfen den Wurzeln, die Nährstoffe aufzunehmen, die wandeln sozusagen die Nährstoffe um und machen sie erst für die Wurzel Pflanzen verfügbar. Und in diesem Umwandlungsprozess entsteht sehr viel Kohlendioxid und dieses Kohlendioxid muss raus. Das ist schädlich, das tötet die Bakterien wieder ab und irgendwann kommt ihr an den Punkt, wo die Bakterien nicht mehr richtig arbeiten. Und dann könnt ihr auch Dünger draufpacken, so viel ihr wollt, das bringt nichts, euer Boden ist nicht mehr gesund, er ist nicht mehr gut und dann solltet ihr dann allerspätestens solltet ihr Pflegemaßnahmen machen, wie zum Beispiel Errifizieren mit Holzbund oder mit Holzbund, um einfach Luft in den Boden reinzubringen. Das ist auch der Grund, warum ihr regelmäßig sanden sollt, denn der Sand hilft auch das Porenvolumen zu vergrößern und regelrecht Sauerstoff an die Wurzeln herankommen zu lassen. Ja, es ist somit wichtig, dass ihr im oberen Bereich, die ersten vier Zentimeter in der Rhizosphäre, dass ihr da regelmäßig ein Gasaustausch stattfinden lasst. Stickstoff, Kohlendioxid soll raus, Sauerstoff soll rein, damit die Bakterien wieder besser arbeiten können. Aber es heißt nicht, dass der untere Bereich vernachlässigt werden soll. Auch der untere Bereich, so zwischen sieben und zehn Zentimeter, der sollte auch gelegentlich mal wieder belüftet werden, ein sogenanntes Errifizieren etwas tiefer oder dann ein Tiefenlockern, das noch tiefer runtergeht, um auch da Sauerstoff reinzubringen und ein Gasaustausch stattfinden zu lassen. Aber man muss auch sehen, dass der obere Bereich viel wichtiger ist, denn im unteren Bereich sind weniger Bakterien, die arbeiten somit weniger. Und da sagt man so, dass zwischen fünf und zehn Mal langsamer das Ganze vonstatten geht, wie im oberen Bereich. Somit ist der obere Bereich, wie gesagt, der wichtigste Bereich. Und damit man das Ganze auch regelmäßig machen kann, gibt es richtig, richtig coole Gerätschaften dafür, die mal mehr oder weniger euren Geldbeutel belasten. Es gibt natürlich Profi oder Semi Profi Geräte habe ich hinten auch stehen. Das ist kein Profi. Richtige Profi Geräte zum Errifizieren sind auf dem Golf und auf dem Sportplatz. Die kosten dann mal einen Mittelklasse Wagen. Habe ich nicht. Also ich habe schon einen Mittelklasse Wagen, aber ich habe keine Gerätschaften dafür. Das sind mir A zu teuer und B sind das Riesenteile. Dann gibt es zum regelmäßigen Errifizieren gibt es, wie gesagt, Geräte, die ihr auch gern, ja, je nach Größe von eurem Garten auch gern anschaffen könnt. Das ist zum Beispiel jetzt ein motorbetriebenes Gerät, gibt es verschiedene Hersteller. Da könnt ihr dann Holzbunds reinmachen, da könnt ihr Wurzelmesser reinmachen, da könnt ihr Holzbunds reinmachen. Das Gerät sieht dann so aus mit, haben wir auch schon mal vorgestellt, gibt es ein separates Video, Benzinmotor drauf und dann gehen die Spoons abwechselnd in den Boden und das Gerät wird angetrieben. Ich rede jetzt nicht vom Holzbund, sondern ich rede vom Holzbund. Das ist ein Holzbund. Der Holzbund sorgt wie gesagt dafür, dass ein Loch reingestochen wird und das Loch wird dann irgendwann wird sich wieder schließen. Viele werden jetzt glauben, da verdringe ich doch meinen Boden, da habe ich eine Bodenverdichtung. Das ist eigentlich ein Mythos. Ja, ihr habt minimale Bodenverdrängung, das ist aber so minimal. Der Vorteil von Sauerstoff im Boden ist deutlich besser und überwiegt natürlich im Vergleich zum Verdrängen. Das ist ein Wurzelmesser, da wird auch noch mal die Wurzel angeschlitzt und dadurch auch noch mal ein Wurzelwachstum angeregt. Und ihr bringt hier deutlich mehr Sauerstoff rein als hier, weil wenn ich die Fläche von 3 Millimeter und hier die 30 Millimeter zusammenrechne, habe ich ja sozusagen mehr Umfang als bei denen. Die hier gehen ungefähr 7 bis 8 Zentimeter in den Boden, die auch. Das heißt, hier wären wir in diesem Bereich, wo auch der untere Bereich mal etwas Sauerstoff bekommt. Aber extra ein Gerät anzuschaffen, wo um die 4000 Euro kostet, macht natürlich keinen Sinn. Vor allem im Privatbereich, wenn ihr es nur ab und zu machen wollt. Denn da gibt es viel coolere Werkzeuge und vor allem sind sie deutlich günstiger. Wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, wie oft ich persönlich das Ganze mache. Tja, mit einem Camon mache ich es vielleicht alle vier Wochen. Fahre ich mal durch, damit einfach wieder mehr Sauerstoff da ist. Der Camon hat natürlich einen großen Vorteil. Er kommt tiefer runter, klar. Hat aber halt auch den Nachteil, dass es schon aufwendiger ist und man beschädigt auch durch die Fahrspuren beschädigt man auch den Rasen. Ihr habt ordentliche Einstichlöcher, die dann auch dementsprechend den Rasen nicht so gut aussehen lässt. Aber vor allem wenn ihr tief mäht, dann sieht man das Ganze schon ordentlich. Ja und wenn ihr jetzt nur 50 Quadratmeter habt, dann ist natürlich so ein Camon viel zu groß, viel zu unhandlich. Für 50 Quadratmeter, 70 Quadratmeter für ganz kleine Rasenflächen ist eigentlich sowas hier ideal. Das sind sogenannte Nagelschuhe, die Nivilis. Die haben hier auch Spoons dran. Die sind bei weitem nicht so dick und bei weitem nicht so lang als die von einem Motor betriebenen Errifizierer. Aber für die Ritzosphäre reicht es völlig aus. Ihr habt sehr viele Spoons. Das sind Schuhe, die sind wirklich sehr bequem. Das sind wie so Crocs. Die zieht ihr ganz normal an und gibt es in zwei verschiedenen Größen und dann einfach durch das Gewicht. Macht ihr hier schöne Löcher rein und wie ihr seht, ihr seht eigentlich gar nichts mehr. Wenn ich da drauf gehe und da könnt ihr beim Rasen mähen einfach gleichzeitig den Boden errifizieren und belüften. Ja, die gibt es auch noch etwas länger, die Nägel. Dann habt ihr aber eher so einen Storchengang und in der Größe geht es eigentlich noch ganz gut. Wie gesagt, ihr macht einen Rasen dadurch nicht kaputt. Da passiert nicht viel. Auch wenn ich jetzt mal, ich bin hier aktuell bei 13, 14, 14 Millimeter. Hier habe ich meine Green, da bin ich bei 5, sorry 6 Millimeter und wenn ich da mal rein gehe, seht ihr auch, ich gehe exakt von oben senkrecht in den Boden und gehe auch wieder senkrecht raus und dadurch passiert eigentlich gar nichts. Man sieht eigentlich so gut wie keine Löcher. Hier ein paar seht ihr, aber wenn normal ein Rasenmäher, ein Spindelmäher oder einfach durch den Fuß wieder drüber laufen, dann ist alles wieder nahezu geschlossen und man sieht relativ wenig. Diese Schuhe nehme ich persönlich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich nehme sie nicht, weil meine Rasenfläche mit 300 Quadratmeter viel zu groß ist und ich werde definitiv am Sonntag nicht dran stehen und werde dementsprechend immer so erifizieren. Das mache ich nicht. Mache ich auch nicht für meinen Green, da ist wie gesagt meine Fläche einfach zu groß und beim Rasenmähen die anzuziehen, ja finde ich ist der Effekt relativ gering und da gibt es dann auch andere Gerätschaften für so mittelgroße Gärten. Das sind dann sogenannte Spiker-Walzen, Erifizier-Walzen. Da sind solche Nägel an einer Walze dran. Ich würde ganz kurz auf beide Walzen eingehen, weil die sehen eigentlich gleich aus. Es sind aber dann doch etwas unterschiedlich. Ich würde einfach mal mit der Ottmerding anfangen. Ja, die Ottmerding, wie gesagt, ist eine Walze, die ist zweigeteilt. Das ist schon mal sehr gut. Durch die zweigeteilte Walze, allerdings nur bei der 60 Zentimeter. Ich muss dazu sagen, die Ottmerding gibt es mit 30 Zentimeter, mit 60 und mit 90 Zentimeter. Was natürlich geil ist, wenn ihr wirklich ganz große Flächen habt mit 6, 7, 800 Quadratmeter könnt ihr auch eine 90 Zentimeter nehmen. Seid ihr natürlich schneller fertig. Ein Teil hier, ein Feld hat somit 30 Zentimeter. Hier sind die Spoons, die sind wirklich brutal spitz, laufen sehr spitz zu und die laufen auch gegeneinander, wenn ihr das möchtet. Somit könnt ihr auch langgezogene Rundungen machen, ohne dass ihr euren Rasen beschädigt. Zudem habt ihr hier auch die Möglichkeit, wenn ihr einen Rasentraktor habt, einen Aufsitzmäher, könnt ihr statt einen T-Griff, könnt ihr dann auch einen Kupplungsgriff wählen, also eine Kupplung und dadurch kann euer Rasentraktor das Ganze ziehen, was natürlich sehr angenehm und sehr cool ist. Prinzipiell funktioniert entweder beim Ziehen oder beim Schieben. Hinten ist dann noch eine Transportrolle, wenn ihr über Pflaster, Asphalt drüber gehen wollt oder auch beim Wenden. Irgendwann seid ihr am Ende des Rasens und ihr müsst dann wenden. Da ist dann noch eine Transportrolle. Ja, so viel mal zu der Ottmar Ding. Dreislich, wie gesagt, bewegen die sich irgendwo um die 800 Euro. Pi mal Daumen, kann auch 750 sein. Die Lieferung kommt beim ein oder anderen Hersteller mal noch dazu. Es gibt übrigens auch noch mehr Hersteller. Das sind natürlich nicht nur die zwei, die verfügbar sind. Genau. Dann haben wir noch hier weiteren Hersteller, die Firma 100 Pro Green. Die ist ähnlich aufgebaut. Die hat natürlich auch, so wie man das sieht, die hat hier auch eine zweigeteilte Walze, die auch gegenläufig drehen kann. Und dadurch der gleiche Effekt geschieht. Wenn ihr umdreht, macht ihr da weniger kaputt. Diese hier gibt es ausschließlich in der Breite. Die gibt es nicht schmäler und die gibt es auch nicht breiter. Von der Walze selber her. Der Hersteller 100 Pro Green. Die Spoons sind nur 50 Millimeter lang. Bei Ottmar Ding sind sie 60 Millimeter lang. Allerdings hat der Hersteller hier einen größeren Umfang. Die ist ein bisschen kleiner. Das heißt, der Brechwinkel hier beim Eindringen und beim Ausdringen ist etwas steiler. Das bedeutet, ihr kommt näher an die 90 Grad und dadurch habt ihr eigentlich weniger Beschädigungen. So die Theorie. Das werden wir gleich testen, ob es wirklich so ist. Ja, auch diese hier hat eine Transportrolle, wo man dann am Ende des Rasens wenden kann. Ganz großer Vorteil. Ihr habt hier eine zweigeteilte Transportrolle. Dadurch habt ihr weniger Beschädigungen im Rasen, wenn ihr dann das ganze wenden möchtet. Was ich hier allerdings festgestellt habe und das finde ich etwas schade. Also verarbeitungstechnisch sind beide super. Die sind beide sehr gut. Ist auch hier alles schön aus Edelstahl. Sehr breiter Griff, wo man dann schön ziehen kann oder schieben kann. Je nachdem, was man möchte. Verarbeitungstechnisch wirklich top. Made in Germany. Made in Germany. Das sieht man, das spürt man. Da gibt es gar nichts daran auszusetzen. Das ist wirklich alles auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Was mir hier bei der Ortmerding nicht so gut gefällt, kann ich auch gleich noch dazu sagen. Ich finde den Griff hier etwas schmal. Vom Anfassen fühlt sich nicht so toll an. Ich hätte ein paar Zentimeter breiter, obwohl ich schon sehr schmale Hände habe. Diese hier ist dann deutlich breiter und fühlt sich dann auch richtig gut an. So, jetzt bin ich abgeschweift. Was mir nicht so gut gefällt bei der Transportrolle, die ist zwar zweigeteilt, echt cool. Was mir aber nicht gefällt, die ist produktionsbedingt, die ist hier geschweißt, zusammengeschweißt oder das einfach. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber hier ist auf jeden Fall eine Schweißnaht. Hier sieht man es noch mehr und ich habe hier eine Überhöhung dran. In diesem Punkt hier habe ich eine Überhöhung an der Schweißnaht. Da hätte man noch mal drüber schleifen müssen, weil im Rasen ist es völlig egal. Aber wenn ich über mein Pflaster drüber fahre, mache ich mir Kratzer in mein Pflaster rein, weil die Auflagefläche viel zu schmal ist und dadurch habe ich Kratzer im Pflaster drin. Finde ich hier ein bisschen schade. Ist hier besser. Aber wie gesagt, könnte man hier lösen, wenn man einfach noch mal drüber schleift. Prinzipiell, wie gesagt, verarbeitungstechnisch beides richtig, richtig gut. Da gibt es nicht viel zu meckern. Die 100 Pro Green hat noch den großen Vorteil, die hat Zusatzgewichte. Also man kann Zusatzgewichte kaufen und mit reinmachen. Und dadurch kommt ihr auch in sehr harte Böden, kommt ihr besser rein und ihr kommt vor allem auch dann tiefer rein. Allerdings muss man dazu sagen, das hat die Ottmerding noch nicht, soll es aber vom Hersteller bald geben. Und zwar hängen die dann ähnlich wie 100 Pro Green hier unten ein Zusatzgewicht ein. So hieß es von der Firma Ottmerding. Denn wir werden gleich sehen, beide dringen unterschiedlich tief in den Boden ein und somit ist auch der Effekt unterschiedlich. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich auf die Praxis und ziehen die Walzen einfach mal über meinen Rasen. Eins wollte ich noch sagen, die Lieferung, die Ottmerding, das fand ich cool. Die wird schon komplett fertig geliefert. Die ist zusammengebaut. Bei der 100 Pro Green müsst ihr sie selber zusammenbauen. Ihr müsst jeden einzelnen Spoon selber in die Walze reinschrauben. Da braucht ihr circa eineinhalb Stunden, vielleicht eine Stunde, vielleicht auch zwei, je nachdem wie fix ihr seid. Ja, wie gesagt, ziehen wir mal drüber. Die Walzen sind wie gesagt unterschiedlich groß, machen unterschiedliche Beschädigungen oder auch nicht und der Effekt ist auch unterschiedlich. Ihr seht jetzt vielleicht hier, wenn ich die Ottmerding mal über meinen Rasen drüber ziehe, die dringt nicht ganz in den Boden ein. Ihr seht es auch, sie bleibt eigentlich auf Stölzen oben drauf. Wir gehen jetzt bewusst auf einen Rasen, der nur 6 Millimeter gemäht ist, damit man das einfach besser sieht. Die Ottmerding, die dringt relativ sanft in den Boden ein. Es sind lediglich nur die Spitzen der Spoons drin. Das hat aber weniger mit der Walze zu tun. Ja, ich persönlich finde sie zu leicht, sage ich auch ganz ehrlich. Ich finde sie zu leicht. Sie sollte etwas schwerer sein, aber wie gesagt, der Hersteller bietet ja irgendwann auch mal ein Zusatzgewicht an. In andere Böden, nicht in meinen, geht sie weiter rein, aber auch nicht ganz. So habe ich mir sagen lassen von dem einen oder anderen, der die Walze schon hat. Fakt ist, warum geht sie bei mir nicht so weit rein? Das liegt an meiner Poa Supina. Die Poa Supina hat im oberen Bereich sehr dichte Wurzeln, dicke Wurzeln, massive Wurzeln und das kommt jetzt negativ der Supina zugute oder besser gesagt nicht zugute, weil das Problem ist, durch den Brechwinkel, was ich vorhin schon erklärt habe, dringt ja der Spoon ein und versucht die Wurzeln nach hinten wegzuschieben. Und je größer die Walze ist, desto senkrechter dringt sie ein und desto tiefer kann sie auch eindringen. Und da ist hier der Durchmesser leider etwas zu gering und die Stacheln zu lang und dadurch gehen die Spikes im relativ flachen Winkel rein und müssen dann sozusagen die komplette Wurzelschicht nach hinten drücken, um wieder rauszugehen. Und das ist einfach zu viel Widerstand und da dringt sie zu wenig ein. Mit mehr Gewicht wird es dann etwas besser. Ich habe hier einfach einen Sack Dünger draufgelegt. Wenn ich jetzt aber mal drüber gehe, dann seht ihr auch, was ich damit meine, was die Beschädigungen angeht. Also sie lässt sich auch sehr leicht schieben, das ist schon mal gut. Sie haben ein sehr gutes Kugellager drin, aber hier sieht man dann schön, wie der Rasen, wie die Grasnarbe etwas aufgelockert wird. Auch hier seht ihr schön, wie es rausgeht. Auch da und das ist jetzt nichts, aber hier seht ihr richtig schön. Sie macht mehr Schlitze rein als richtige Löcher, was natürlich dem Belüftungseffekt zugutekommt, aber euren Rasen dann etwas darunter leidet. Wenn sie jetzt tiefer reingeht, macht sie natürlich noch mehr Schlitze rein. Das sollt ihr euch bewusst sein. Ja und wenn ich dann am Ende angekommen bin, zieht die einfach so drüber. Dann wende ich das Ganze einmal und da ist jetzt auch eine zweigeteilte eigentlich besser, weil dann reiße ich meinen Rasen nicht so auf und dann kann ich jetzt auch wieder zurück schieben oder ziehen. Beim Schieben dringt sie etwas tiefer ein, weil dann mehr Druck drauf kommt. Finde ich ja persönlich aber etwas schwerer. Die 100 Pro Green, wie gesagt, die funktioniert ähnlich. Ihr merkt es auch schon, die ist deutlich schwerer. Die hat unten das Zusatzgewicht. Die hat ein Zusatzgewicht von 20 Kilo und die Walze ist generell nicht so breit. Sie ist von der Geometrie anders. Die Spoons sind anders, der Durchmesser ist anders und dadurch dringt sie schon mal weiter in den Boden, zumindest in meinen Boden. Auch da, sie geht deutlich schwerer. Wie gesagt, die Auflagefläche, die Flächenlast ist geringer und dadurch dringt sie auch deutlich weiter ein. Aber man merkt es auch, sie ist deutlich schwerer zu ziehen, weil wie gesagt mehr Gewicht da ist. So und wenn wir uns das anschauen, wie gesagt, größere Walze, kleineres Spoons. Dadurch habe ich auch Beschädigungen, aber die Beschädigungen, die gehen mehr, die sind mehr punktuell, also die gehen senkrechter rein und schlitzen den Rasen nicht so auf. Man beachte, die geht jetzt trotzdem, die geht weiter rein. Die geht bei mir circa 30 Millimeter rein, was sehr gut ist. Diese hier geht bei mir ohne Zusatzgewicht leider nur 15 Millimeter rein und dadurch bringt sie meinem Rasen nicht so viel als die. Die 30 finde ich jetzt okay. Das passt, weil wie vorhin schon erklärt, ist eigentlich der oberste Bereich. Die oberste 40 Millimeter der wichtigste Bereich und das reicht eigentlich dann aus. Genau. Aber wie ihr seht, macht sie natürlich auch ein bisschen Beschädigungen. Allerdings ist dann beim Wenden durch die zweigeteilte Rolle kann ich nahezu auf der Stelle wenden. Das ist super. Und was ich hier auch geil finde, sie ist extrem schwer mit Zusatzgewicht, kleines Flächengewicht. Die Transportrolle ist auch kleiner vom Durchmesser. Dadurch könnt ihr auch euren Rasen, wenn ihr es möchtet, auch glätten. Ihr habt sozusagen gleichzeitig auch eine glatte Rolle, eine Klettrolle, damit ihr auch euren Rasen ebnen könnt, die meiner Meinung nach dann eigentlich eine 2 in 1 Funktion ist. Das könnt ihr natürlich auch machen. Und ihr seht es auch jetzt, wenn ich da drüber gehe, sind alle Beschädigungen wieder weg. Genauso wie bei der Otmerding kann ich natürlich auch drüber gehen. Das ist ähnlich, wobei diese hier deutlich leichter ist und auch die Heckrolle, die Transportrolle deutlich größer ist. Dadurch habe ich ein anderes Flächengewicht und dadurch kann ich meinen Boden nicht so gut glätten. Ja, das ist soweit mal der Unterschied. Wie gesagt, haben beide vor. Beide haben Nachteile. Preislich sind sie relativ identisch und im Großen und Ganzen ist es natürlich schon ideal. Vor allem bei mir mit 300 Quadratmeter. Das ist ruckzuck gemacht. Das seid ihr in 15 Minuten fertig. 10 Minuten ist einfach nur drüber laufen, drüber gehen und dann habt ihr euren Rasen ideal belüftet. Und wie schon erwähnt, ist es eigentlich eine der wichtigsten Pflegemaßnahmen. Ja, nochmal zusammengefasst. Das Thema Bodenluft ist sehr wichtig. Es ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Pflegemaßnahmen, die überhaupt eurem Rasen machen könnt mit relativ wenig Aufwand. Ja, ihr müsst einmal so eine Walze kaufen oder Schuhe kaufen für 100, 800 Euro, je nachdem was ihr wollt und was ihr habt. Aber muss ich auch dazu sagen, das sind natürlich Gerätschaften, die halten nahezu ewig. Zumindest die Walzen, viel aus Edelstahl. Da kann eigentlich nicht viel kaputt gehen, nichts technisches dran. Und ihr habt, wie gesagt, wenn ihr es einmal die Woche macht und das könnt ihr mit so einer Walze locker machen. Ihr könnt es auch täglich machen, wenn ihr Lust drauf habt, bringt das einen enormen Effekt. Weil, wie gesagt, Luft ist mega wichtig und ganz viele schreiben uns und wundern sich. Sie haben Dünger draufgepackt, sie bewässern regelmäßig und der Rasen sieht trotzdem kränklich aus. Er ist gelb. Und was fehlt denn meinem Rasen? Und wenn man da mal nachfragt, wann hast du das letzte Mal belüftet? Wie alt ist der Boden? Wie ist die Nutzung? Ja, ich habe natürlich Kinder, wird viel belastet und da sind wir auch mal mit einem kleinen Mini Bagger reingefahren etc. Wir haben aber alles groß ausgelegt. Das sind natürlich alles Verdichtungen, die ihr durch die regelmäßige Belüftung wieder auflockern könnt. Und wie gesagt, ist das natürlich sehr wichtig und gehört auch zum regelmäßigen Pflegemaßnahmenplan. Wir haben ja kostenlose Pflegepläne, die blenden wir euch unten ein. Findet ihr auch auf www.perfectgreen.de. Könnt ihr euch runterladen und da ist auch das Spiken bzw. das Erifizieren mit Vollspawns regelmäßig erwähnt und genannt. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wenn ich was vergessen haben sollte oder ihr noch Fragen habt, sehr gerne in die Kommentare rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann.